Habe ich hier gerade schon wieder Splash bekommen? Nein, oder? Ich habe schon wieder Splash bekommen! Ich habe schon wieder... Was?! Nein, oder? Ich habe gerade nicht zweimal hinterher Splash bekommen! Was?! Oh, da war ein Gottlieb! Da war ein Gottlieb, natürlich... Oh! Oh! Was?! Hey Leute, herzlich willkommen zu Outer Folge! Und heute spielen wir wieder Murder Mystery 2! Oh! Und ja Leute, heute werden wir 10.000 Gems dafür ausgeben, um 100 Mystery Box 2 zu öffnen! Oder Mystery 2 Box oder doch! Mystery Box 2, Leute! Davon werden wir in diesem Video hier 100 Stück öffnen! Ja, ich habe hier 10.000 Gems, Leute! Und ja, wie gesagt, heute öffnen wir 100 Mystery Box Hashtag Nummer 2! Und ich bin mal sehr gespannt, ob wir eine Legendary oder vielleicht auch eine Gottlie oder eine Chroma-Gottlie daraus bekommen! Ja, Leute, ich würde sagen, liken wir dieses Video, falls es dir gefällt! Und, Leute, vielleicht kriegen wir ja genauso viele Likes mal... Mal 100 wie dieses Video hier, wie wir Boxen öffnen, Leute! Also, vielleicht schaffen wir in diesem Video hier 10.000 Likes! Wäre richtig nice! Ich glaube zwar nicht, aber vielleicht schaffen wir es irgendwie, Leute! Das heißt, auf jeden Fall, auf den Daumen nach oben drücken und den Kanal abonnieren! Und den Glock aktivieren, um keine weiteren coolen Roblox-Videos von mir! Zum Beispiel, du hast noch gerne StarCount, Jojo, falls du dir Robux oder Roblox-Programm kosten, Leute! Weil, ja, 10.000 Gems waren nicht gerade teuer, Leute! Das kostet einfach 10.000 Robux, Leute! Und das ist nicht gerade wenig! Wieso sieht der Name so komisch aus? Aber, ja, Leute, jedenfalls haben wir uns 13.000 Gems gekauft! Im letzten Video haben wir schon 30 Boxen geöffnet! Heute öffnen wir weitere 100! Und, ja, Leute, weiter geht's nach dem Intro! Wir werden uns vollkommen auf die Mystery-Box Hashtag Nummer 2 konzentrieren und hoffentlich bekommen wir hier eine legendäre, Leute! Das ist 5%, das heißt, eine in 20 müsste eigentlich drin sein! Das heißt, wenn wir keine bekommen, würde es mich auf jeden Fall echt ziemlich wundern! Eventuell bekommen wir sogar ein Chroma! Und dann, Leute, ich zeige euch mal mein Inventar! Es hat einen bestimmten Grund, warum ich nichts mehr Gutes in meinem Inventar... Und zwar, Leute, wurde ein Freund von mir auf Roblox gebannt! GG auf jeden Fall! Wegen einem ziemlich dummen Grund! Und der Grund könnte bei mir auch einen treffen! Das heißt, ich bin vorsichtshalber gewesen und habe alle meine Waffen weggetradet, beziehungsweise halt nicht weggetradet, sondern auf einen anderen Account gepackt! Genauso wie meine Doppi-Pads, Leute! Und es wäre halt sehr, sehr schade, wenn dieser Account hier gebannt werden wird! Weil, Leute, hier habe ich meinen Snack-Account drauf! Hier habe ich mein ganzes Leben quasi aufgebaut! Und es wäre echt sehr schade, wenn dieser Account hier gebannt wird! Deshalb hoffe ich echt, dass er nicht gebannt wird, Leute! Wir equippen mal hier irgendwelche Waffen! Ich hoffe echt nicht, dass er gebannt wird, Leute! Aber wir können nur hoffen, Leute! Drückt mir auf jeden Fall mal die Daumen in den Kommentaren, Leute! Schreibt mir irgendwas Nettes in die Kommentare rein! Ich hoffe echt nicht, dass er wegen diesem dummen Grund gebannt wird, Leute! Das wäre echt mega blöd! Und ich hoffe echt, dass ich es überlebe, Leute! Ich hoffe echt, dass dieser Account nicht überlebt! Aber ich bin immer übervorsichtig! Das heißt, Leute, ich dachte, ich nehme auch jetzt lieber schnell dieses Video hier auf mit den 10.000 Gems ausgeben! Bevor der Account dann weg ist! Und ich die Gems auch nicht mehr habe, Leute! Weil ich meine, momentan haben wir noch die 10.000 Gems! Ich könnte mir natürlich jetzt hier, Leute! Ich könnte jetzt natürlich auch meine Robux ausgeben, um uns keine Ahnung wie viele Gems zu kaufen! 100.000 oder sowas! Aber, ja, was mit denen passiert, ist eine gute Frage, Leute! Ja, Leute, ich habe ein Video vorbereitet, wo ich für 100.000 Gems Boxen öffne! Also abonnieren, um das nicht zu verpassen! Jedenfalls sind wir innocent geworden! Das heißt, wir setzen uns jetzt ja auch mal irgendwo hin, Leute! Und starten doch direkt mal! Ich werde jetzt keine Aufmerksamkeit auf das Spiel geben, solange ich kein Sheriff oder Mörder bin! Ich werde jetzt einfach 100 von diesen Boxen öffnen! Das heißt, ich öffne so viele Boxen, Leute! Bis die Gems hier leer sind, Leute! Fangen wir an! Und ich hoffe echt, also wir müssen eigentlich, wenn wir rein rechnerisch vorgehen, müssten wir eigentlich 5 von diesen Splashes bekommen! Aber ich bin mal gespannt, Leute! Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt! Eventuell bekommen wir auch einen Garten, Leute! Und, oh, die Runde ist vorbei! Äh, easy! So, Leute, holen wir doch direkt mal die ersten, Leute! Unboxen wir die ersten! Und ich weiß auch, dass man hier jetzt wieder draufdrücken könnte und jetzt quasi die nächste holen will! Aber ich will eigentlich diese Animation hier sehen, Leute! Aber wir machen das Ganze mal ein bisschen im Schnelldurchlauf! Gehen wir hier und jetzt holen wir uns wieder eine, Leute! Zack! Und jetzt holen wir uns hier wieder eine, Leute! Zack! Und jetzt haben wir direkt hier schon im Schnelldurchlauf, äh, haben wir jetzt hier uns schon ein paar Boxen auf jeden Fall geholt! Und hab ich gerade, hab ich gerade, hab ich gerade Legendary bekommen? Ich hab's gar nicht gesehen, Leute! Wir werden es jetzt feststellen, Leute! Hab ich gerade... Ja! Direkt Splash bekommen, Leute! Oh mein Gott! Bei der dritten Box in diesem Video oder die vierte, Leute! Direkt Splash bekommen! Aber einmal nur, Leute! Ich meine, im letzten Video, als wir 30 geholtet haben, haben wir gar kein einziges, was Splash bekommen! War auf jeden Fall ziemlich unlucky! Und ja, Leute, jetzt hatten wir Glück und haben direkt Splash bekommen! Mega cool! Aber eventuell bekommen wir noch einen Garten, Leute! Jetzt hab ich nicht gesehen, was ich geworden bin, aber werden wir gleich feststellen, Leute! So! Holen wir uns weitere, äh, Kisten, Leute! Wir haben auf jeden Fall noch einiges, einiges vor uns! Und, Leute, was bekommen wir... Oh! Ja, nice! Was grün ist, Leute! Grün ist ja hier tatsächlich in dem Spiel... Ist es ja selten, ist es besser als blau! In den meisten Spielen ist es ja blau immer besser als grün! Aber hier ist tatsächlich grün besser als blau! Ich bin auf jeden Fall auch mal sehr gespannt, wie lange dieses Video hier eigentlich gehen wird, Leute! Weil, ich meine, wir öffnen 100 Kisten! Das dauert nicht gerade wenig, sag ich mal! Und hallo, wer bist du denn? Ich bin übrigens innocent! Und hab ich hier gerade schon wieder Splash bekommen? Nein, oder? Ich hab schon wieder Splash bekommen! Ich hab schon wieder... Was? Nein, oder? Ich hab gerade nicht zweimal hinterher der Splash bekommen! Was? Hä? Splash! Splash! Was? 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 Hä? Hä? Einmal dreimal Splash! Was ist denn hier los, Leute? Ich glaube, das Glück, der letzte Folge kommt wieder zurück, Leute! Ich glaube, wir sollten auch mal nicht nur die öffnen, weil... Ich meine, jetzt hab ich hier ja eigentlich das schon... Ich meine, ich könnte jetzt natürlich hier noch das Gordli rausziehen, aber so eine Rune wär auch schon cool, Leute! Öffnen wir, wisst ihr was? Wir öffnen einfach noch andere Boxen, Leute! Hier haben wir jetzt ja das Splash schon raus, und zwar dreimal einfach! Fangen wir weiter! Also, gehen wir... Wobei, öffnen wir noch zwei hier von, Leute! Dann haben wir hier, äh, schön noch die 9000 Gems quasi geknackt! Und wenn ich noch einmal Splash bekomme, Leute... Nein! Oh, 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 oh! Oh mein Gott! Ich dachte kurz... Oh! Oh mein Gott, Leute! Oh mein Gott! Also, gerade zweimal Splash ineinander! Hattet ihr das schon mal, Leute? Schreibt mir das in den Kommentaren! Ich war gerade einfach mega lucky! Okay, Leute! Gehen wir mal weiter zur Mystery Box 1! Was haben wir denn eigentlich hier drin, Leute? Okay, hier haben wir auf jeden Fall auch ziemlich coole... Gibt's hier? Hier gibt's überall anscheinend gottlich drin, okay, Leute! Öffnen wir aber die Mystery Box 1 jetzt einfach so zehnmal oder sowas! Und, Leute, was, äh... Sehen wir hier was Rotes? Nein, aber was Blaues, Leute! Pirat haben wir bekommen! Ich werde der zukünftige König der Piraten! Mit dieser Waffe! Nice, Leute! Öffnen wir weiter! Und... Oh, da hab ich die Runen gesehen, Leute! Und... No Rune! Schade! Äh, hallo? Mörder? Äh, der hat sogar Runen, Leute! Zack! Und tot bin ich! Und er hat gewonnen! Äh, ja, aber, ja, äh... Der hat so coolen Mörder, Leute! Den hab ich sogar auch in meine Robots rum hochgeladen! Hoffentlich wird die nicht gesperrt! So, äh... GG auf jeden Fall! So, Leute, weiter geht's! Und... Äh... Raum, komm schon! Jawohl! Sieht eigentlich mega cool aus! So, Leute, ich werde jetzt auch mal noch ein paar davon auf einmal wieder öffnen, weil irgendwie haben wir, wenn wir die quasi sehr viele davon öffnen, haben wir irgendwie extrem viel Lack! Wobei, ich muss das jetzt immer so komisch machen, okay! Also, ich muss da und jetzt zack 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 Gott, die sind zwei Legendaries nicht aneinandergezogen, Leute. Aber ich gebe hier gerade extrem viel Geld aus. Macht das bitte auf keinen Fall nach, Leute. Auf keinen Fall nachmachen, okay? So, Leute. Kupfer, Splat, Regenbogen, okay. Aha, Splat und Kupfer und, äh, ja, quasi gerade nur schlechte Sachen bekommen. Aber das ist okay, Leute. Haben wir jetzt hier irgendwie ein cooles... Ah, ja, hier, Leute, das eine Messer hier sieht cool aus. Das Raummesser. Das sieht auf jeden Fall auch cool aus, Leute. Ich habe ja leider keine Godlies mehr im Moment. Ich habe die alle hier wieder zurück zu Penny gegeben. Die hat ja hier... Ich könnte eigentlich, Leute, ich müsste eigentlich gar keine Boxen öffnen. Hier sind genug Sachen, die ich eigentlich haben könnte. rein theoretisch, wenn ich wollen würde. Hier, sie hat auf jeden Fall genug Sachen, Leute. Aber, ja, ich öffne die Boxen für euch, damit ihr unterhalten werdet, Leute. Damit ihr dieses Entertainment habt und nochmal sehen könnt, was bringen diese Boxen ein. Und wir öffnen noch ein paar von denen, weil ich will irgendwie Rune haben, Leute. Ich will irgendwie Rune haben. Wir haben jetzt genau 8000, äh, aua. Wir haben auf jeden Fall noch 8000 Gems übrig, Leute. Aber das gerade mit zweimal Splash und na na na. Das war gerade schon echt krass, Leute. Das war gerade schon echt krass. Das war echt heftig, Leute. Okay. Ähm, machen wir weiter auf und zwar, äh, Shop und zwar, boom. Mystery Box 1. Was ist eure Lieblingsbox, Leute? Schreibt mir das doch auch gerne in die Kommentare. Rune, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, natürlich wieder Splat, Leute. Splat habe ich schon ziemlich oft jetzt bekommen. So, weiter geht's und öffnen wir wieder. Zack und zack und zack, Leute. Öffnen wir sehr viel auf einmal wieder. So, zack und so und so und, äh, oh, jetzt hat das wieder weggegangen, Leute. Zack, zack, zack und, äh, zack, 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 zack. Was ist das hier gerade? Das ist keine, das ist kein, das ist, das ist keine Godly gerade, oder? Äh, warte mal, warte. Ne, das ist Regenbogen. Das sah gerade so aus wie so ein Gemstone oder sowas, okay. Oh, yeah, Leute. Wir haben Rune bekommen. Nice. Und, ja, einmal Rune. Aber einmal Rune ist besser als keinmal Rune, sag ich mal. Und, äh, Dance. Okay, okay, Leute. Wir haben Rune bekommen. Das heißt, wir können auch von der Kiste wieder weggehen, weil wir die Kiste auch schon haben, Leute. Was gibt's denn hier noch so für Kisten, Leute? Die Regenbogenkiste. Shiny gibt's hier. Was gibt's noch so für coole Sachen? Okay, hier gibt's mal eine Waffe, Leute. Eine Pistole. Hier, die Universumspistole. Die will ich haben, Leute. Die versuchen wir jetzt zu bekommen. Die Box ist hier unten rechts. Okay, Leute. Zack. Und, äh, weiter geht's, Leute. Zack. Und öffnen wir noch eins. Und, äh, zaaack. Boom. Und, äh, zack. Und, boom. Und, zack. Und, äh, boom. Und, äh, zack. Und, äh, boom. Und, äh, zack. Und, äh, boom. Und, äh, da war gerade zweimal das, äh, das, das Rote in der anderen, Leute. Richtig nice. Okay, Leute. Zack und, boom. Okay, Leute. Ich hab auf jeden Fall jetzt ein paar geöffnet, Leute. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Werde ich die Legendary rausbekommen? Oder vielleicht bekomme ich ja dieses Video sogar eine Godly. Das wäre natürlich mega krass, Leute. Zack. 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 Oh, Holz. Okay. Zack. Und, äh, zack. Und, äh, ja, schade. Kein Universum bekommen. Aber hätte ja sein können, Leute. Öffnen wir noch ein paar weitere. Öffnen wir einfach noch ein paar weitere. Und, oh, Leute. Ich bin Sheriff geworden. Nice. Ah! Hahahaha. Egal, Leute. Egal. Lassen wir einfach das im Hintergrund laufen. Ich öffne einfach die Box, Leute. Ich meine, darum geht ja auch dieses Video hier. Und, äh, ja. So. Unser Inventar erfüllt sich auf jeden Fall. Na, ich meine, für 100 Euro kann man das ja auch erwarten, Leute. Das Ganze hat ja 100 Euro gekostet. Wie gesagt, bitte nicht zu Hause nachmachen, Leute. Es ist sehr, sehr teuer. Ich kann mir das halt finanzieren durch meine Videos, durch mein StarCard und so weiter. Wobei, vielleicht, äh, verliere ich. Oh, da war ein Godly. Da war ein Godly. Natürlich. Oh! Oh! Was? Ja! Ja! Einfach ein Godly bekam! Oh mein Gott! Ich hab richtig viel Glück, diese Folge. Was ist denn da los, Leute? Ich hab Laser bekommen. Oh mein Gott! Das kommt so hart auf Sunday, Leute. Oh mein Gott! Ich wollte eigentlich die andere Gun, aber ich hab einfach diese Gun bekommen. Yo! Ich hatte zwar bis zu eben noch einen Chroma-Laser, aber das ist nice, Leute. Das ist mega nice. Einfach Laser bekommen. Und hier oben ist noch Rune. Richtig, richtig cool. Dann haben wir auch diese Box von Y-Universum. Hab ich aber nicht, aber... Oh Gott, oh Gott. Ich will eigentlich hier auch noch das Godly rausziehen. Ah. Hm. Hm. Leute, was ist hier? Hier gibt's Plasmid. Okay, was gibt's hier, Leute? Oh mein Gott, die Folge ist richtig krass, Leute. Das hat doch wirklich 10.000 Likes verdient. Hier gibt's noch ein anderes Splash... Hier gibt's noch ein anderes Splash-Messer, Leute. Öffnen wir einfach noch ein paar hiervon. Öffnen wir einfach noch hier ein paar... Oh mein Gott, wir haben gerade einfach... Wir haben gerade wirklich im Ernst... Haben wir einfach gerade... Oh mein Gott, ich kann es nicht fassen, Leute. Ich kann es nicht fassen. Wir haben gerade wirklich... Ein... 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 Ein Gottly bekommen. Oh, EasyPenny hat gewonnen. Nice. GG auf jeden Fall. Oh, ganz knapp, Leute. Ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Okay, 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 Leute. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Und... Spin, spin, spin to the wind. Und da war wieder ein Gottly, Leute. Oh, hier ist Wärme drin. Okay, Leute, das ist cool. Die Box ist cool. Ich mag die Box. Ich mag das Wärme-Blade, nämlich... Das ist eins meiner Lieblings... Äh... Äh... Ein paar weitere. Eventuell bekommen wir noch ein Gottly, diese Folge. Das war natürlich richtig krass. Wir haben auch gleich schon die Hälfte verbraten, Leute. Aber wenn es mit diesem Glück weitergeht, müssten wir eigentlich noch ein paar coole Knives, beziehungsweise Waffen bekommen. Ich hoffe es doch, Leute. Ich hoffe es doch. Ist ja auf jeden Fall mega, mega cool. Ich bin gleich mal gespannt hier, was wir hier bekommen haben, Leute. Wir öffnen hier gerade... Ohne Gnade öffnen wir hier gerade die Box, Leute. Meine Gems gehen runter, wie sonst was, Leute. Ich gebe hier gerade jede Minute so viele, äh... Euros quasi, aus, beziehungsweise Robux, Leute. Und jetzt bin ich mal gespannt, was haben wir hier bekommen. Rosa, okay, gelb, braun, grün, braun, grün, 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 braun, lila. Wow. Okay, Leute, wir sind Mörder. Das heißt, ich spiele mal diese Runde kurz und schnell. Ich glaube, ich werde die Runde jetzt einfach hier so richtig... Boom. Weg mit dir. Und, äh, zack. Ich renne mir mal hier alles durch. Ähm, ähm, ähm. Äh, na? Oh. Oh, Leute. Penny ist Sheriff. Das ist sehr gut. Das heißt, wir haben keine Gefahr. Wir haben keine Gefahr. Du bist, äh, eliminiert. Du bist eliminiert. Und, äh, du dort hinten wirst auch eliminiert. Ah, schade. Nicht getroffen, Leute. Das wäre cool gewesen. Oh, komm schon. Hallo. Halli, hallöchen. Halli, hallöchen. Ich bin da. Ich habe gerade meine... Oh, Leute, wir können eigentlich hier meine, meine, meine Godly equippen, ne? Wir können jetzt das Laser equippen. Und wir equippen auch direkt mal Runen. Aber das wird erst nächste Runde geladen, Leute. Hier haben wir auf jeden Fall noch, äh, Uno und, äh, Dos. Nice. Und jetzt scannen wir hier nochmal durch. Okay, dort hinten haben wir auf jeden Fall noch eine Person. Da oben haben wir noch eine Person, Leute. Holen wir uns zuerst die hier. Holen wir uns... Na, was geht, was geht, was geht? Äh, was geht, was geht, was geht? Und, äh, zack. Halli, ich sagte zack. Ich sagte zack. Ja, eins. Und, äh, hallo. Zack. Und, Leute, go, 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 go. Go, go, go. Wir haben auf jeden Fall die Runde hier ziemlich gut aufgeräumt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir auch gewinnen oder ob wir verlieren werden. Und, oh, ich habe sie gespottet, Leute. Ich habe sie gespottet. Wir werfen hier mit unserem Messer. Und, komm schon. Komm schon. Zack. Nein. 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 Oh. 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 Okay, okay, Leute. Ganz knapp, ganz knapp. Ganz knapp hier unterwegs. Ganz knapp hier unterwegs. Oh. Wo habe ich jetzt hingeworfen, Leute? Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ah. Okay, okay. Okay, okay, okay. Und. Na. Oh. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall hart zu treffen, Leute. Auf jeden Fall hart zu treffen. Aber ich habe doch hier meine neue... Ah, nee, das ist ja gar nicht die sagenhafte, ne? Äh, die, ich sage schon sagenhafte, Leute. Die legendäre, meine ich natürlich. Wir sind ja nicht in Adopt Me. Und, come on. Come on. Wie lang? Nein. Das war so knapp. Das war so knapp. Komm schon. Oh. Verloren. Aber wir haben ein Level ab, Leute. Level 60. Nice. So, Leute. Wir haben aber noch die Hälfte vor uns. Und das Video geht schon ziemlich lange. Das heißt, ich muss mich hier echt mal beeilen. Was öffnen wir jetzt, Leute? Was öffnen wir jetzt? Wobei, wir können eigentlich noch ein bisschen von der hier was öffnen, Leute. Ich mag die Box hier eigentlich. Ich mag die Box hier eigentlich. Öffnen wir einfach noch ein paar. Öffnen wir einfach noch ein paar. Öffnen wir noch ein paar. Wir öffnen noch ein paar. Und noch etwas, Leute. Geld. 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 Ausgeben. Für euch natürlich, Leute. Äh, so. Und wir haben hier auf jeden Fall sehr viele Farben drin, Leute. Ich meine, das ist ja auch die Rainbow Box. Aber ich will irgendwie unbedingt das, ähm, quasi die Godly hier raus haben, Leute. Ich mag die Godly. Oh, fast Shiny bekommen gerade. Fast Shiny bekommen gerade. Aber alles klar. Haben wir leider nicht bekommen. Aber was soll es, Leute. Wir öffnen noch ein paar weitere. Und danach würde ich sagen, jetzt haben wir auf jeden Fall genug hier vorgeöffnet. Mal schauen, was wir jetzt hier bekommen haben. Vielleicht haben wir einen Legendary bekommen, Leute. Komm schon, Nieder. Jawohl, Leute. Okay. Aha, 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 aha. Aha, 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 aha. Okay, äh, schade. Sehr schlechte Sachen auf jeden Fall bekommen. 4.000 Gems haben wir noch übrig, Leute. 4.000 Gems haben wir noch übrig. Setzen wir uns jetzt hier mal nach oben oder setzen wir uns einfach hier hin, Leute. Und wir öffnen jetzt weiter. Komm, wir öffnen wieder Mystery Box 2, oder? Oder soll ich... Nee, die hier habe ich schon, Leute. Ähm, hm. Die Vibe habe ich noch nicht, Leute. Öffnen wir einfach ein paar hier von, Leute. Öffnen wir einfach ein paar hier von. Warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht, Leute? Und oh, da war eine Godly. Da war eine Godly, aber wir haben sie nicht bekommen. Schade. Aber wir hätten sie bekommen können fast. Aber schade, dass wir sie nicht bekommen haben. Aber da war eine, Leute. Da war eine. Ich habe sie gesehen. Wir müssen sie einfach nur schneller machen, weil, ja, das Video soll nicht 20 Minuten... So, öffnen und öffnen und öffnen und öffnen und weiter geht's, weiter geht's. Zack. Und, äh, zack, Leute. Oh mein Gott, das war eben noch so krass. Ich komme nicht darauf klar. Einfach eine Godly bekommen, Leute. Einfach eine Godly und auch eben zwei Legendaries hintereinander. Das ist richtig, richtig krass, Leute. Das ist einfach richtig... Komm schon. Ich glaube, wir haben gerade eine Legendary bekommen. Das könnte sein, Leute. Das könnte sein, dass wir gerade eine Legendary bekommen haben. Das wäre natürlich mega cool. Okay, Leute. Wir haben jetzt zehn Stück geöffnet. Äh, elf Stück sogar. Das müsste reichen, Leute. Gucken wir mal, was haben wir jetzt bekommen, Leute. Wir haben gerade Saft bekommen. Okay, eins. Okay, aha, aha. Äh, oh. Okay, der Mörder hat uns, Leute. Egal. Wir gucken weiter. Stern... Nein! Hallo! Ey! Habe ich jetzt das Sagenhafte bekommen oder nicht, Leute? Ich gucke mal ganz kurz. Tatsächlich, Leute, ich habe Predator bekommen. Ich habe tatsächlich ein Legendary bekommen. Hat mir natürlich jetzt... Das hat mir das jetzt... Raubtier heißt das auf Deutsch. Hat mir natürlich jetzt ein Mörder versaut, Leute, weil wir konnten das einfach nicht collecten. Aber ich meine, wir haben es ja schlussendlich bekommen. Also ja, was soll's, Leute. Aber ich kippe das jetzt nicht, Leute. Ich bleibe bei Laser. Ich bleibe bei Laser. Und weiter geht's, Leute. Wir haben auf jeden Fall das Legendary bekommen. Das heißt, wir öffnen jetzt wieder... Lasst uns einfach die MM2-Box weiter öffnen, Leute. So, und wir öffnen jetzt auf jeden Fall einige davon. Eventuell bekommen wir mit gut Glück hier das Godly raus. Aber, äh, was soll's? Ich meine, wenn wir sind... Oh, ja! Schon wieder Splash, Leute. Was ist denn das für ein Glück, diese Folge, Leute? Was ist denn das für ein Glück, diese Folge? Ich habe echt viel Glück, diese Folge. Oh, da war... Da war... Da war... Leute, da war das Godly. Da war das Godly. Aber natürlich nicht bekommen. Natürlich nicht bekommen. Aber ist ja auch kein Problem, Leute. Ist ja auch kein Problem. Komm schon, Splash... Schade. Aber, Leute, ich kann mich nicht beschweren. Ich habe auf jeden Fall einiges Splash schon in dieser Folge bekommen. Schon vier Stück, glaube ich. Aber ein Godly wäre natürlich auch sehr, 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 sehr nice. Äh, Murder Mystery können übrigens mal mehr Boxen rausbringen, Leute. Die haben ja schon Ewigkeiten kein Update mehr gemacht. Also, ja, nur immer diese Robux-Klinge da. Äh, aber ja. So, wir haben auf jeden Fall gleich einige hiervon geöffnet, Leute. Und... Komm schon! Schade. Aber, Leute, komm schon, bitte ein Godly. Ein Godly. Ein Godly. Ein Godly. Ein Godly. Ich will ein Godly. Und... Schade. Aber komm schon, Hightech. Okay, immerhin, Leute. Immerhin das Blaue. Okay, Splash und Clown und Splash. Was? Schon wieder zweimal fast ineinander. Schattiert und Blood und Clown und Biogun und Schattiert und Clown und Hightech. Oh, ich meine, immerhin, Leute. Unsere Ausbeute, was Splashes angeht, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich meine, fünfmal Splash. Ja, ich kann mich auf jeden Fall eher weniger beschweren dort. Aber, Leute, hier haben wir einfach das Godly rausbekommen. Oh mein Gott. Oder war das hier raus? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Öffnen wir noch weiter. Welche Box können wir noch öffnen, Leute? Öffnen wir... Hier die mal ein paar Mal, Leute. Hier, Fusion. Sieht auf jeden Fall auch ganz cool aus, Leute. Öffnen wir hier die ein paar Mal. Und hier waren... Wie viele Rote waren da gerade, bitte? Ui, 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 ui. Okay, und wir haben was rausbekommen. Glück, glücklicher haben wir bekommen, Leute. Yay, wir sind glücklich. Und weiter geht's, Leute, weiter geht's. Öffnen wir noch ein paar hier vorne, Leute. Zack. Und, äh... Zack. Und, äh... Leute, wir gehen auch der Folge dem Ende schon zu. Wir haben gleich keine Gems mehr. Wir haben gleich 100... Ne, 10.000 Gems verbraten. Und, yo, da waren gerade... Ey, ey, da waren gerade... Ich will der Rote, aber natürlich bekommen wir Sandy, Leute. Natürlich bekommen wir Sandy, aber... Ich kann mich diese Folge nicht beschweren. Wir haben eigentlich ein ziemlich gutes Loot quasi bekommen. Äh, ich kann mich nicht beschweren. Und, yo, ja! Fusion, Leute. Boom, boom, boom und boom! Fusion. Nice, Leute, nice, ey. Ich bin echt mega glücklich gerade. Auch wenn ich weiß, dass mein Account eventuell bald gebannt wird. Aber ich bin trotzdem gerade irgendwie ein bisschen glücklich. Und, äh... Komm schon. Okay, 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 Leute. Und da war wieder das Splash. Aber das Splash-Messer dieses Mal, Leute. So, wir haben noch exakt 900 Gems übrig, Leute. Ja, 900 Mal können wir spinnen. Nein, 900 Mal wäre... Oh, Leute, da war wieder ein Myth... Gottlieb meine ich, kein Mythical, Leute. So. Okay, okay, okay. Und, äh... So, Splash. Komm schon. Splash wäre noch cool. Splash würde ich noch nehmen, Leute. Splash würde ich noch nehmen. Und... Ne, schade. Schade, schade, Schokolade. Aber eventuell bekommen wir noch was Cooles. Wobei, ich bin eigentlich, wie gesagt, ich bin zufrieden, Leute. Zweimal Splash war dort. Und... Na, okay. So. Zack. Und zack, Leute. Fünfmal können wir noch öffnen, Leute. Fünfmal können wir noch öffnen. Hier haben wir nichts Gutes bekommen. Nur Grau und Nova. Okay. Immerhin das Grüne, Leute. Immerhin das Grüne. Kann ich mich nicht beschweren. Viermal noch, Leute. Die letzten vier Boxen dieser Folge. Wir haben auf jeden Fall eine Mega-Ausbeute bekommen. Und, ja, Leute. Äh... Clan. Okay. Drei Stück noch. Drei Stück noch. Die öffnen wir noch langsam, Leute. Und... Schaltung. Komm schon. Ah, schade. Schade, schade, schade. Und, äh, Leute. Die letzte zweite Box. Also die vorletzte Box, Leute. Und... Schaltung, 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 Schaltung. Nice. Und, Leute. Die letzte Box von 100 Boxen im Murder Mystery 2 Video von heute. Öffnen wir jetzt. Und was bekommen wir raus, Leute? Was bekommen wir raus? Was bekommen wir raus? Und... Cherry, Cherry, Lady. Ja. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich coole Ausbeutung. Wir bekommen einfach 5er Splash. Ein Gott, Leute. Rune. Und dann haben wir noch Fusion und Raubtier bekommen. Auf jeden Fall mega cool, Leute. Ich kann mich nicht beschweren. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Oh, und abonniere den Kanal. Und aktiviere die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen. Aber du hast noch gerne Starcode. Jojo, falls du dir Robux oder Robux-Problem kaufst. Und schaut doch gerne in den Videobeschrafen vorbei. Und auf jeden Fall ist mein Real-Life-Match, mein Roblox-Match. Und auch den Link zu meinem Discord-Server. Ja, Leute. Ich würde sagen, haut hier rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.